Von der ersten Vision, einem flüchtigen Strich auf einem Blatt Papier bis zum schlüsselfertigen Gebäude begleiten wir als Architekten die Bauherrschaft in allen Phasen der Projektierung und vom Bauen. Wir entwickeln Ideen, erarbeiten Studien, Konzepte für private und öffentliche Bauvorhaben, wobei die Raumbeziehungen und Raumwahrnehmungen einen grossen Stellenwert haben. So wird nicht nur die eigentliche Funktion betrachtet, sondern steht bei uns immer der Mensch mit all seinen Emotionen und Empfindungen im Mittelpunkt. Ziel ist es, ein Haus, einen Raum mit einer eigenen Stimmung, Identität und Ausstrahlung zu gestalten. Wir verstehen Architektur als einen permanenten Dialog im Kontext zwischen dem Raum selber und seinem Umfeld, seiner Umgebung. Im Besonderen schauen wir neben der Ästhetik und der Funktion auch auf natürliche Materialisierung. Wie fühlt sich das Material an? Was für eine Farbe, was für eine Textur braucht der Raum, um eine behagliche Atmosphäre zu erzeugen? Mit unserem Team, bestehend aus Architekten, Technikern, Bauleitern und Hochbauzeichnern, sind wir in verschiedenen Bereichen tätig. Wohn- und Zwicklungsbau Gewerbe- und Gesundheitsbauten Unter anderem das erste nach Minergie-Standard ausgeführte Alters- und Pflegeheime, die hat der Rhein-Nuster, öffentliche Bauten wie Schulhäuser, Denkmale, geschützte Objekte. Wir setzen uns aber auch mit kleineren Interventionen im bereits bestehenden Raum auseinander. Wir sind überzeugt, Ihnen im Bereich Architektur ein umfassendes Gesamtpaket anbieten zu können. Gerne erarbeitet und projektiert wir mit Ihnen zusammen Ihren Wohnraum und begleitet Sie von der ersten Idee, Vision bis zum Bezug. Untertitelung des ZDF für funk, 2017